es ist oder die ist ernt zentren können boys and girls herzlich willkommen zu ein rührer kann man der pre-alpha Prozent vom neuen Anbieter und um private match da kann ich es einstellen voll geil muss ich jetzt irgendwie invite to match es ist so einfach und doch sind wir so blöd die selbsterkenntnis des Tages ja unreal tournaments die pre-alpha mein kauf und ich alleine ohne dass wir gestört werden von anderen irgendwelchen dummen spielern wir es gerade eben vor ungefähr zehn oder 15 minuten gemerkt genau und ich dann zu blöd war nachdem mein spiel außer sie minimiert hatte das spiel neu zu starten die aufnahme neu zu starten deswegen sieht das jetzt jetzt warte ich versuch's mal ja dann wechseln wir nur miteinander wechseln mal danke ich wäre nämlich gerne bei Krakisch im Team und bei Karak oder Skardien das dürfte glaube ich auch so ein Skar sein ähm ja wir spielen hier auf der unfassbar guten und klassischen Map äh Facing Worlds jeder Unreal Spieler sollte diesen Map kennen und jeder Unreal Spieler sollte diese Map lieben und der Minecraft sollte mal ready machen achso achso oh yeah haha der Haarbringer versperrt mal direkt die Fresse von Deathluck mit nem Raketenwerfer das sah schon geil aus nein du nicht go 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 das ist kein Counter Strike Minecraft ja diese diese Alpha ist für jeden kostenlos zugänglich der sich den Epic Game Launcher runterlädst der auch gar nicht mal so schlecht ist auch wenn er gut der ist ja selber noch oh auch wenn er noch Verbesserungsmethoden braucht und mit Verbesserungen aber das ist auch wieder diese klassischen Ansager mit Headshot nicht so wie vorhin mit diesem Oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott Die Bots zielen gar nicht mal so schlecht habe ich gerade gemerkt ja ich habe es gerade mit der Mondphysik gemerkt ich dachte gerade so ah scheiße was ist jetzt kaputt stimmt der habe ich ja eingestellt ne ja Ich glaube, man konnte auch in manchen, vor allem in den alten Spielen, an alten Teilen, ging es, dass man da, ähm, dann den, äh, dass man da noch so einen Doppelsprung teilweise machen konnte. Und vor allem, es fühlt sich einfach wie Unreal an und es ist halt einfach Unreal! Oh Gott! Ach, scheiße. Vor allem ist es halt Unreal mäßig und typisch schnell. Das habe ich seit, äh, Unreal Tournament 2003 nicht mehr gehabt. 2004, bei mir. Oh! Oh! Red flag dropped. Red flag returned. No! Ah, der Wichser. Ach, scheiße. Die Flagge ist weg. Red flag dropped. Red flag returned. Sagt ja, als die Flagge zurückgebracht wurde. Yeah, bitch. Scheiße. Mit der Mondphysik hast du es mir gerade echt einfach gemacht. Du musst mich erstmal wieder an die Mondphysik gewöhnen. Jupp, ich bin auch freuen, wie ich die Flagge dabei einsammeln wollte. Ein paar Mal vorbei gesprochen. Ah, also, dass es eine Voice-File gibt zu Assist ist mir neu. Oh, f*** dich! Du scheiß Bot! Alter! Defend the base! F*** 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 Alter, da holst du die Flagge zurück und wir haben die direkt wieder weggenommen. Oh Gott! Minecraft ist auch eine Killing Spree. Ey, Entschuldigung, weißt du, da schießt du aus Versehen auf einen Teamkollegen von dir. Da wird sie direkt angebrüllt. I'm on your team, idiot! Was? Ich habe doch die Flagge gehabt. Ich war vor dir gewesen. Ne, du hast mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Ding, was du gemacht hast, zum Teleportieren da, hast du die Flagge fangen lassen. Ich habe die Flagge gefangen. Arm, enemy Flagge carrier ist hier. James, 3, enemy Flagge carrier ist hier. Fick dich! Ja! Arschloch! Vergiss es! Oh man! Alter. Ah, Gott. Uh, da wird er echt ein DOS. Ein bisschen. Die Flagge, nimm mich. WTF? Ich muss dich brechen. Auf mich! Jawoll. Headshot. Oh Gott. Scheiße. Wollt ihr mich ver- was machst du hier, du scheiß Spawn-Killer? Verpiss dich vom Spawn! Schon dabei. Verpiss dich! Der da Spawn-Kills, ey, ich fass es nicht. Blusefire verschwτό. Die Flagge ist hier. Blusefire ber bekommt sich. Cryster installiert. AvТыio beschl mostrar. Die Flagge ist hier. Ich hab backup! Bluse Enemy, bluse spoons. Hasst du behind die... Deren die que 있어요! Ja! Je 협 team! ja mann ach da sieht man wer wann gepunktet hat oder was interessant ich bin da wird 3 4 na gut ich habe das tutorial nicht gespielt ach das war schon ok anscheinend ja um mal die map hier holen battlegrounds oder wie die heißt Pistola Battlegrounds ok Big Rock Asteroid Mining ich glaube das ist es das sieht so unfassbar verdächtig danach aus welche map jetzt hier aufgeht seht ihr wenn ihr die Ladebildschirm gleich nicht mehr seht und es ist GTF Pistola genau genau ja 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 ja